Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 50 Fragen zu heute ist mal wieder Marvel dran und dabei sind Brammen, Chris, Sebastian und Jules, der heute Special Guest ist. Dankeschön an Darkfire. Du wirst dir jetzt klar, dass alles außer Platz 1 eine Blamage für dich ist. Ohne Scheiß, der Druck ist so hoch. Also wenn ich hier nicht bezeugen kann. Ey du, also kannst du auch mit Batman und Aquaman bei Marvel um die Ecke kommen, gar kein Problem. Fürs Einreichen, Dankeschön. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Frage Nummer 1 und äh, wer entscheidet, wer den Avengers beitreten darf? Gott, ist das schon die Frage jetzt gewesen? Dann ist es Nick Fury. Das ist die Frage gewesen und das ist die richtige Antwort. 4 Punkte für Jules. Gut. Nice. Ob es denn nicht so ein krasses Komitee und so... Der entscheidet das? Ich war auch so, gibt es ein Komitee? Oder dann das Avengers mit Council Board oder so. Hättest du euch noch den Tipp Augenklappe geben können? Ich glaube, der hätte spätestens jeder gewusst. Oh, dann hätte ich das gewusst. Ja, dann... Oh, Captain Hook also. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der das entscheidet. Ich dachte, das macht irgendwer Höheres oder so. Nein, Captain Augenklappe, wenn Jules. Captain Augenklappe. Captain Eye Clap. Frage Nummer 2. Wie und durch wen wird Agent Philip J. Colson getötet? Loki. Wer? Diese Frage ist falsch. Ram? Durch Loki und den Speer, in dem der Tesseract drin ist. Ja, das lasse ich durchgehen. Das lasse ich durchgehen. Hätt ich die Frage zu Ende hören müssen oder warum braucht es den Tesseract? Wie und durch wen, habe ich gesagt. Da hättest du ihn nicht mal zu Ende hören, müssen wir jetzt nur mittendrin schon noch zuhören. Wow. Ich hab das nie gar nicht gehört, Mann. Hättest du mir nochmal den Namen von dem Kerl sagen? Philip J. Colson. Wer ist das? Oder Cousen. Das ist der andere, der, der, der... Der von Fury, der... Der genau, der Hiwi von Fury. Ach, ich dachte, die wären sowieso nur in der ganzen Serie, also in dem ganzen Ding immer drin, um irgendwie so kanonfutter zu sein. Ich glaube, die sind bei Agents of Shields oder sowas. Also er hat tatsächlich das Ganze überlebt. Das war ein Brad Herring, so wie man es nennt. Ah, stimmt. Oh Mann, Jay, du bist ja richtig euphorisch hier bei dir. Weißt du, manchmal, wenn die sich am Finger schneiden, dann krepieren die, aber wenn sie so einen fetten Speer in den Bauch kriegen, dann überleben die. Ich will vor Augen rufen. Frage Nummer drei. Wie gelang es Loki sich nach seiner Gefangennahme von Shields... Er hat sich verwandelt, also äußerlich verwandelt. In einen Schlüssel. Damit hat er die Zelle aufgeschlossen. Boah, mega. Boah, Loki ist so smart, Alter. J auf K? Ich glaube, Jay ist reingeschlafen. Nein, nein, ich überlege gerade. Ansonsten antworte ich nochmal, glaube ich, mit einer besseren Antwort. Das hat ja nichts zu bedeuten, Jules. Äh, nein. Jules. Hologramm projiziert er von sich. Und dadurch ist dann eben, ähm, Thor in die Zelle reingesprungen und er konnte eben dann, äh, ist dann schön da raus und hat die wieder zugemacht. Ne. Was? Bitte, Jules. Danke, Sepp. Können wir die Frage machen? Ja, natürlich. Wie gelingt es Loki, sich nach seiner Gefangennahme von Shields Helicarrier zu befreien? Warte. Ramm. Naja, der sorgt im Prinzip ja dafür, dass, äh, der Hulk sich verwandelt und dann Rambazamba auf dem Helicarrier macht. Und dann kann er, in dessen Chaos kann er dann fliehen und auf seiner Seite hat er dann vorher noch Hawkeye, äh, für sich, damit er diese Turbine da, ähm, mit nem Explosionspfeil kaputt schießt, die Iron Man dann und Captain America dann reparieren müssen währenddessen. Und dann ist halt genug Ablenkung, dass er da abhauen kann. Das ist absolut korrekt. Klingt besser, ja. Das klingt um einiges besser als selbst so meine Antwort. Das stimmt. Frage Nummer vier ist, äh, nenne zwei Gebiete, in denen Bruce Banner einen Doktortitel hat. Sepp. Atomphysik und, äh, Chemie. Physik und Chemie. Ne. Ramm. Äh, Biologie und Kernphysik? Nein. Chris? Mathe und der ist Ingenieur. Ja. Warte. Ist richtig. Nice. Was? Chris, wer weiß es? Also Kernphysik ist richtig, das hat ja Bram auch gesagt. Ah, okay, ja. Strahlenphysik. Oder Physik hat Sieb doch auch gehabt. Ja, okay, es gibt noch Strahlenphysik, Kernphysik. Ich hatte ja auch Kernphysik. Das sind zwei Physiks. Strahlenphysik, natürlich. Du hattest Atomphysik, aber gut, du hattest, glaube ich, auch noch Biologie oder sowas gesagt. Ja, ich hatte noch Chemie. Das war trotzdem falsch. Ja, stimmt. Also Biochemie, Ingenieurswesen, Robotik, Informatik und Mathematik. Okay. Sorry. Ich bin ja gar nicht so viele. Ja. Frage Nummero 5 ist, auf welchen Planeten zieht sich Hulk nach Avengers Age of Ultron zurück? Ja, wie heißt der Trashplanet? Horizont. Äh, 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 Sicario, Sicara? Ja, Sicario ist der Film, äh, du willst. Sic, äh, äh, Sic, ah, Mann, wie soll ich das ausprobieren? Sicar. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Wird so ausgesprochen. Ich hätte jetzt Saka gesagt. Ah, du, nein. Wie oft wird gesagt, dass Sicar, Sicar. Das Schöne ist, Bram hatte gesagt irgendwie Trashplanet oder sowas, ne? Ja, das ist so ein Müllplan. Ja, also Schrottplanet wäre auch cool gewesen. Ja, scheiße, Alter. Aber Trashplanet nicht, Bram. Ja, also Trashplanet hätte ich da wohl auch durchgehen lassen, wenn dir steht, Schrottplanet ist okay. Ja, aber so haben wir wenigstens Jules Zakaar. Wie heißt der Planet? Zakaar. Zakaar. Aber stark, Jules. Ja. Französisch. Danke. Fragge Nummer 6 ist, warum ließ sich Valkyrie, Valkyrie, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, als Scrapper 142 oder 142 auf dem Schrottplaneten Zakaar nieder. Weil ihre Valkyrie-Schwestern von Hella umgebracht worden sind, sie mit dem Schmerz nicht umgehen konnte und deswegen gesagt hat, fuck it all und aus Asgard geflohen ist. Da kam einfach so eine Animation von so einem Gewürzketscher. Der hat sie dann fertig gemacht. Echt, echt. Ich habe mir die Kampfszenen auch so geil vor mit dem Catch-up. Oh, talk, talk, talk. Deswegen, okay. Frage Nummer 7 ist, Natascha Romanoff, aka Black Widow, kann... Schade. Schade. Kann... Er brav war Black Widow. Kann doch schon. Kann krass Leute umbringen. Fliege wie ein Vogel. Was? Kann krass Leute umbringen. Nee. Richtige Antwort. Also schon, aber das war wahrscheinlich nicht die Frage. Natascha Romanoff, aka Black Widow, kann ganze acht verschiedene Sprachen sprechen. Welche... Eine könntest du mir nennen. Eine kann ich dir nennen? Und dann gibt es einen Punkt. Ja, welche... Das ist natürlich Englisch. Ja. Ja. Russisch. Ja. Deutsch. Was soll denn das? Ja. Französisch. Hallo. Ja. Spanisch. Falsch. Polnisch. Falsch. Schade. Chinesisch. Was ist denn jetzt los? Äh... Ja, da steht... Mandarinen steht da. Genau, da stehen jetzt so viele chinesische Sprachen, weißt du, das muss man sagen. Die sind doch alle chinesisch. Also Mandarinen wäre auch für mich chinesisch. Plattdeutsch ist doch auch deutsch, oder nicht? Ey, ich... Ey... Ich habe ja keine Ahnung, was das für verschiedene Sprachen da sind, aber dann lasse ich das mal als Mandarinen durchgehen. Geil. Sepp. Portugiesisch. Ne. Italiano. Aber auch gut. Ja. Kann man noch Leertaste drücken? Ja. Also ja, genau. Ich habe die ganze Zeit eine Tastatur, aber ich kann irgendwie... Ja, ich hole Leertaste und Maus. Gute noch. Achso. Gut, okay. Leertaste ist rausgepatcht worden, das würde ich nicht probieren. Ist rausgepatcht worden? Was ist das denn? Ja, try it. Bram. Also, äh, wie heißt das? Vietnamesisch? Wie viel suchen wir eigentlich noch? Achso, wir waren doch gar nicht fertig. Achso. Wir sind doch nicht fertig. Also, wir haben Englisch, Russisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Mandarinen. Wir haben noch zwei. Zwei. Japanisch. Ne. Verdammt, ähm, äh, polnisch. Hatten wir schon. Indisch? Ne. Ja. Aber wie heißt denn die Sprache, wenn die Bruce Banner da findet? Die kann die auch. Die hatten wir noch nicht. Russisch? Ne. War das nicht indisch? Ist das indisch? Kann man sagen. Ja, dann ist das halt indisch. Weißt du, wo ja der Junge da kommt und sagt, äh, Doktor, Doktor, hilf mir und so weiter. Reden die indisch? Ich dachte, das wäre indisch gewesen. Ich dachte, das wäre vietnamesisch, deswegen. Ich dachte mal Ölölüm. Also, wir sagen mal fünf, vier. Türkisch. Ne. Ha. Nice. Fünf, vier. Du musst ja nicht J, ne? Drei, zwei, eins. Wir schließen. Ihr hättet noch auf Latein kommen können. Ja. Oh. Natürlich. Und ihr hättet noch auf Kaschmirisch kommen können. Ach so. Klar. Kaschmirisch, Alter. Das hab ich der Schule damals auch gehabt. Die Sprache ist besonders weich, glaube ich. Wie Kaschmir? Ach so, das, ah, ja, okay. Oh, Mann, Jules. Ja, Mann. Frage Nummer acht. Wie heißt die Armee, die Loki zur Invasion auf die Erde loslässt und die einen Großteil von New York City zerstört? Keine Ahnung. Äh, wie hießen die? Ähm. Die Bösen. Die Bösen. Die sind die einfach nur. Ja. Christian. Einherjahr. Was? Nee. Hab ich mal kurz nicht verstanden, was du gesagt hast? Ich auch nicht. Einherjahr. Ich dachte, das passt so zu dem Nordischen, aber irgendwie nicht. Nee, Kree war das. Nee, also nicht einherjahr. Nicht einherjahr. Kree. Vielleicht war es auch die Borg. Nee, die Arschheißer. Die Orks sind da. Die Handelsföderation. Ich weiß es nicht. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir schließen. Es wäre die Citauri oder Citauri-Amea. Stimmt. Citauri, ja, stimmt. Richtig. Alpha Tauri. Die Alpha Citauri-Amea. Alpha Tauri. Die Alpha Tauri-Amea, genau. Frage Nummer neun. In den Gewölben von Xander wird einer der Infektionen, Infinity-Steine aufbewahrt. Wie heißt der Stein, der beinahe jedes Objekt und jede Substanz zerstören kann? Ja, Mann. Bram. Der Stein, der jede Substanz zerstören kann, ist der Stein der Macht. Ach so. Das ist richtig. Ich dachte, du sagst, der ist der Stein, der jede Substanz zerstört. Nein. Ist der Stein der Macht. Hätte mit Lubex Xander, hätte ich es nicht gewusst, aber... Wäre der pinke Stein. Mega. Ja. Ja. Hey, reicht der dann nicht, um alle Leute wegzumachen? Wofür braucht der dann noch die anderen Steine? Nee, reicht nicht gar nicht. Er will die ja alle wegmachen. Er will ja Gleichgewicht herstellen. Er will nur die Hälfte wegmachen. Stimmt. Er redet noch ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr über ganz Marvel. Ja, komm, noch ein bisschen. Komm. Gönnt noch ein bisschen. Das waren jetzt aber keine Rolle. Fünf Steine, das waren Basic-Infos, glaube ich. Okay. Im Lauf der Zeit greift Thanos etliche Welten an, verschont dabei aber immer wieder Personen, die er als Adoptivkinder aufnimmt. Da wären zum Beispiel Ebony... Fuck Gamora? Falsch. Schade. Da wären zum Beispiel Ebony Maw mit seinen Telekinese-Kräften Corvus Glaive und Proxima Midnight, die Meisterkämpfer sind, oder auch Cal Obsidian, der enorme Kraft und Ausdauer besitzt. Doch wie heißen seine beiden bekanntesten... Chris? Die beiden müssten ja dann Gamora und Nebula sein. Ist richtig. Oh Mann. Also wie gesagt, du bist auch immer meilenweit daneben, ne? Ja, meilen... Also wirklich... Da bin ich ja so... Also den Zug, den sieht man gar nicht mehr, so weit ist er schon vom Bahnhof entfernt. Er hat sich gerne genommen. Ihr wollt jetzt zwar nur gefragt, also ihr Zuschauer habt jetzt so gesehen, wie heißen seine bekanntesten Töchter, aber ich dachte, ich lese den längeren Text vor, damit ihr gefickt werdet. Finde ich gut, Anton. Frage Nummer 11. Captain America führt ein einfaches Rundschild mit sich, das von... Vibranium. Das von dem Erfinder Howard Stark stammt, aus welchem seltenen Metall steht dieses... Vibranium. Frage Nummer 12. Wohin lässt Cap den Hydra-Bomber abstürzen, den er in seiner vorerst... Ins ewige Eis des Nordpols. Oh ja. Richtig. Das arktische Eich. Ah, Eis. Eis. Äh, ja. Ist abgeschmiert da. Boah, das ist aber stark, dass du es sogar auf Nordpol sagst, ey. Ja, weil der Südpol war ja nicht, weil die sind doch von England drüber geflogen nach Amerika. Nein, 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 das ist richtig. Das ist absolut richtig. Mir steht halt auch das arktische Eis, deswegen finde ich das nochmal ein bisschen nicer, die Antwort. Frage Nummer 13. Was beinhaltet das Sokovia-Abkommen? Boah. Was? War das nicht, deswegen haben die doch hier angefangen Stress zu haben. Ja. Die mussten sich doch irgendwie alle, also alle Superhelden mussten sich irgendwie so, wie so einen Pass so registrieren oder sowas oder melden oder ähm, ähm, die haben wie so ein Register gemacht von denen und da mussten die sich... registrieren oder so. Ja. Genau, das wussten sie. Verdammte Scheiße. Ich dachte, du wolltest doch genau wissen, wie viele Paragraphen das enthält oder sowas. Aber was ganz komisch daran ist, ist er eigentlich, da ist so ein Ding, ey, alle Superhelden müssen sich registrieren darauf und sagt, Cap, nö, das machen wir nicht. Aber dann könnten die den ja einfach trotzdem in die Datenbank schreiben. Vor allem ist der doch schon registriert, so damals war es doch üblich, bei der Geburt registriert zu werden, der ist doch erst später durch die Behandlung so bald geworden. Ja, aber vielleicht meinen sie ja registrieren mit Fingerabdrücken oder so einer Scheiße, keine Ahnung. Ständiger Adresse und so. Ständiger Adresse. Ständiger Adresse. Asgard. Ich hätte gerne eine Schätzfrage von euch. Da dürft ihr eintippen. Wie viele Länder stimmen denn für dieses von der UN unterstützte Abkommen? Dafür? Ja. Wie viele wollten das? Boah. Das Gute ist so cool, wie ja Abkommen. Eins, USA. Nee, 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 hier viel besser. So, das ist viel besser. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Vakanda war nicht dabei. Warte mal, da ist doch der Tod eigentlich. Da leben ja nur Superhelden. Vakanda vor allem. Christian ist gerade abgehauen, glaube ich. Ja, ich muss. Christian muss mal eben die UN-Karte davon holen. Ja, genau. Da geht mal ganz kurz ins Protokoll. Der war dabei. Hast du denn eingeloggt, Christian? Nein. Okay. Nein. Guck nicht. Bei meinem Tablet war noch der Ton an. Ja, puh. Warte mal. So viel gibt es da. Und die haben bestimmt nicht alle dafür gestimmt. Also sage ich mal. Ein Stück. Die Hälfte. Auch mehr, natürlich. Ich wollte gerade sagen, so hä? Drei. Okay. Jules sagt 25, Sebastian 132, Brammen 142 und Christian 149. Boah, scheiße. Alter, knapp, ey. Gibt es hier irgendwas mit 190? Ich habe die Eins vergessen am Anfang. Äh, das wäre gut gewesen, denn 117 ist die Antwort und damit kriegt Sepp vier Punkte. Ja. Was? Wait, nee, Moment. So viel. Was war das denn für ein Huhn? Ja, ich bin ja, ich bin ja krank. Ich habe da ein bisschen Probleme mit der Stimme und so. Welcher Zwischenfall in Civil War führt zu einem verheerenden Bruch im Team? Duels. Duels. Dass Captain America die Akkorde nicht unterzeichnen möchte, führt schon so zum ersten Bruch, aber wirklich zu dieser ganz großen Auseinandersetzung kommt dann dahin, wenn Hawkeye wieder auf den Plan tritt und Wanda aus dem Avengers Compound da rettet und die beide gegen Vision kämpfen, der komplett dann durchbricht und sie dann sich dann im, wenn Captain America halt flieht, weil er eben dieser Akkorde nicht unterschreibt, die dann an dem Flughafen sich wieder treffen und dort dann eben gegeneinander kämpfen, weil Captain America nicht mit Iron Man mitkommen möchte, weil er ja eben den Winter Soldier aus seiner Bude befreit hat. Du sollst den Film rezitieren, du sollst sagen, warum das bricht. Das ist ja eine breit gefächerte Antwort. Ich frage mich die ganze Zeit schon, welche Akkorde der unterschrieben hat, hat er die mit der Gitarre gespielt oder? Also kannst du mir das jetzt nochmal in einem Satz zusammenfassen und nicht in der gesamten Inhaltsangabe? Ein extra Punkt für die längste Zeit. Also der eigentliche Bruch kommt, weil Captain America Bucky Barnes den Winter Soldier beschützt, der angeblich die UN gebombt hat und jetzt eben allen voran Black Panther. hinter ihm her ist und der somit zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt wird. Dadurch kommt dieser Bruch, weil Iron Man das komplett nicht versteht und jetzt eben Captain America einfangen möchte. Das war die große Antwort. Also weil Captain America Bucky beschützt, ja? Ja, von mir aus. Falsch. Wow. Steck dir nicht. Tut mir leid. Dann gehe ich mit früher, weil Tony will die Charter unterschreiben, Captain nicht und das führt zum Bruch. Ja. Ich glaube, das sorgt dafür, dass die halt sauer sind, aber was ist der verheerende Bruch, der hier steht? Tut mir leid, da steht ja was anderes. Ach so, der verheerende Bruch. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es auch, ich kenne diese Filme halt nicht alle auswählen. Du hast doch den ganzen Film von Jules gerade erklärt bekommen, also. Als wäre da die Antwort nicht beigewiesen. Ach nee, das kommt danach, Jules. Ja, du kannst mir ja die ganze Inhaltsangabe von dem Film nennen, aber dann ist das ja nicht die Antwort, die hier gesucht wird. Lustig wäre, wenn er die Antwort nicht dabei gewesen wäre. Also, das kann ich nicht mal sagen, hundertprozentig, ob die Antwort dabei war, weil hier steht was ganz spezielles. Der verheerende Bruch, ich weiß es nicht. Warum hauen die sich danach nochmal auf die Fresse? Weil die sich nicht mögen. Ja, aber. Okay, 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 pass auf, ich versuch's nochmal, ich versuch's nochmal. Der verheerende Bruch kommt, als sie rausfinden, dass der Winter Soldier Tonis Eltern umgebracht hat. Nee. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn da jetzt die Antwort, bitte? Jetzt hab ich jetzt schon Angst, das zu antworten. Wo soll denn bitte der verheerende Rebruch entstanden sein dann? Das finde ich jetzt auch schon echt kritisch. 5, 4, 3, 2, 1, ich schließe und die Antwort ist, hier steht der Zwischenfall in Lagos. Da hat Scarlet Witch am Anfang im Kampf gegen Crossbones, den ich, keine Ahnung, hab ich nicht einmal gehört, gerade von Jules, unabsichtlich Helfer aus Wakanda getötet hat. Okay. Also, keine Ahnung, du verleidest. Also, ehrlicherweise bezweifle ich sehr stark, dass das der verheerende Bruch war, der passiert. Das ist einfach nur dafür, dadurch sind diese Sokovia, ich weiß nicht, wie es mit Deutsch schneitzt, wegen Mensch schneitzt das Akkorde, zustande gekommen. Aber gut, wenn das der verheerende Bruch war. Jetzt weißt du, jetzt weißt du, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle in diesen 50-Fragen-Serien. Das ist so unfair hier. Frage Nummer 16 ist, welche vier weiteren Figuren außer Tor können Mjölnir führen? Oh. Jetzt müssen wir jetzt alle vier aufsagen? Ja, er hat ja vier gemacht. Die Frage. Wenn wir alle vier, okay, wenn wir alle vier aufsagen müssen, weiß ich nicht. Weiter. Okay, das ist einmal natürlich Odin. Das ist Vision. Das ist Cap, also Captain America. und Jane Foster als She-Hulk, äh, She-Thor. Also als, wenn sie halt Tor wird. Sie hält halt in, in, ähm, hier in dem letzten Film. Ja, ja, ist ja richtig. Ja, ja, ist schon richtig die Antwort, ist schon richtig. Was, da jemand anderes ist falsch. Oh, dann, dann, ja, She-Hulk, She-Hulk, also. Nein, She-Hulk ist She-Thor. She-Thor, meinst du? Aber ich, wenn das fast klar. Ja, She-Thor. Ja, halt, du meinst die She-Thor. Jane Foster. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ähm, die anderen sind alle richtig. Und ich verstehe halt auch, dass du sie meinst. Das ist aber auch richtig, dann ist das vom, vom Quiz aber falsch. Also die Antwort ist ja richtig. Kannst du mir noch eine Person nennen? Noch zusätzlich? Ja, die hier steht. Vielleicht los. Dann wahrscheinlich nicht. Loki. Loki, never. Keine Ahnung. Ja, nee, dann nicht, dann ist das falsch. Ja, komm, ich lass es durchgehen. Darf ich raten, ohne Punkt zu bekommen? Ich glaub, die andere Person, die gesucht wurde, war dann heller. Ja. Heller Gewürzketchup? Aber Gewürzketchup wäre es doch gewesen. Aber ich weiß natürlich, wobei das ist jetzt von gar nicht mehr so alt. Das heißt, theoretisch könnte man halt auch die Antwort von halt She-Thor. Hier ist es auf jeden Fall richtig, weil der Film ist ja schon über ein halbes Jahr. Ist tatsächlich auch richtig so. Ja, nee, und die Fragen, die eingereicht wurden, sind halt auch von diesem Monat halt noch. Nee, nee, war aber richtig. Keine Schiebung, alles gut, war richtig. Danke, Joey. Frage Nummer... Hat die so ein Plastikkammer aus dem Walmart oder... Nee, der hat den auch geführt. Frage Nummer 17. In welchem Land warnt die sterbende Odin... Der sterbende Odin... Oh, das war Norwegen. Welchem Land warnt der sterbende Odin, Thor und Loki vor ihrer Schwester? Das ist Norwegen. Das war Norwegen. Ich wollte gerade einfach so buzzern und dann Schweden finden und einfach durchgehen. Irgendwann ist so ein Ding. Welche Jahreszeit herrscht stetig in Asgard? Ach komm. Chris. Ich fang mal an mit Frühling. Dann kannst du auch direkt mit aufhören. Ja, nice. Winter war nicht. Dann Sommer? Hä? Wir haben schon die Antwort. Stetig, Jules. Stetig. Also du könntest vielleicht noch Winter sagen, wenn der Fimbulwinter kommt, aber... Ich verstehe da, Jules, mit 25 Punkten, da muss man versuchen, noch was zu kriegen. Jaja, das ist gerade sehr belastend, bin ich ehrlich. Aber es ist auch nicht mal Halbzeit. Wobei noch mache ich mich nicht nervös. Frage Nummer 19. Odin bewahrt in der Schatzkammer seines Palastes eine Reihe von... wertvollen Schätzen auf. Nenne einen. Mein Buzzer ist kaputt. Die Nachbildung vom Infinity Gauntlet. Ja. Den Infinity Handschuh, der aber eine Nachbildung ist. Die Schatulle des ewigen Winters. Das Auge von Warlock. Und die Urne, die... Ewige Flam... Achso, die Urne. Das Ding heißt einfach die Urne. Okay. Und die ewige Flamme. Und die ewige Flamme. Keine Ahnung, alles. Und die Urne. Haben die nicht auch so einen Stein? Warte, genau, was wollten die denn klauen hier, die Eismenschen? Ich glaube, das Auge von Warlock. Weil er hat nicht... Der wollte nicht dieses Eis-Teil haben, da unten raus? Also irgendwas wollten die ja da klauen mit Loki. War das sogar das Tesseract, was sie klauen wollten? War da gar keinen Sinn. Ja genau, deswegen... Wollten die sogar den Tesseract klauen? Kann natürlich auch sein. Im ersten Torteil. Ja genau, haben die da nicht ein Steinchen geklaut? Naja, das Tesseract, ne? Ja genau. Ja, okay. Obwohl ich weiß. Frage Nummer 20. Was ist der Bifrost? Achso, wow! Eine Art Aufzug. Was? Nein. Ein Aufzug. Also damit reisen die halt durch die Galaxie. Also für die ist das quasi die Autobahn. Boah, jetzt ist es schwierig. Nur zwei. Ein Transportmittel. Ah, na jetzt nicht mehr. Schnell. Also was genau ist jetzt deine feste Antwort? Der Bifrost ist der Zugang zu Asgard. Und? Und... Darüber kann man halt rein und raus zu Asgard. Ja, aber was? Die Leute. Nicht, was ich damit machen kann, sondern was ist der Bifrost? Heißt das, wenn ich schon wirklich ein Bifrost? Keine Ahnung. Achso, okay. Sepp sagt mir halt, du sagst mir halt, dass die halt in und her reisen können oder was auch immer, aber was? Der Zugang zu Asgard ist doch, ist doch was oder nicht? Komm, Juryentscheidung jetzt hier mal. Was ist denn eine Juryentscheidung? Ist okay, nein, ist okay, ich hab ja auch HeLa durchgehen lassen. Ja, ja, ich, ja. Ich konnte sie scheinbar nicht entlocken, aber ich wollte ja nicht, ich hab schon euch bei der lockeren Leine gelassen, also muss ich das jetzt weiterprobieren. Was ist denn dann die Antwort genau, Jonathan? Eine Brücke aus Energie, auf der man schnell in jedes der neun Reiche und asgardischen Schutzgebiete auf dem Weltenbaum gelangt. Ja, okay. Hat's erst doch gesagt. Ja, du kommst ja nicht nur nach Asgard. Ja, aber du kommst nur da drüber nach Asgard. Nee, das stimmt auch nicht. Ich war einmal nett zu Bram, ich war einmal nett zu Zett, Chris und Schulz haben noch einen. Ja, okay, hab ich meine Nettigkeit hier. Ab jetzt nicht, okay. Versteh ich, versteh ich, Jonathan, ich bin ganz bei dir. Wie heißt der Weltenbaum? Ach komm, Alter. Ikdrasil. Wie, wie, wie? Entschuldigung, wie? Ikdrasil. Ja. Alles. Er ist richtig. Frage Nummer 22. Aber nur zwei Waffen können den Bifrost sowohl öffnen... Das Schwert von... Wie heißt denn der? Heimdall. Idris Elba. Was ist deine Antwort? Der hat doch noch zwei gefragt, Sepp. Die Frage fing schon mit zwei an. Das Schwert von Idris Elba. Ach scheiße, das Schwert von Heimdall und Stormbreaker, die Axt von Thor. Ne. Was? Heimdalls Schwert und Odins Speer. Ja. Das ist richtig. Ja, aber die fucking Axt kann das auch. Ne. Was? Die Axt existiert doch... Stormbreaker existiert doch gar nicht, während der Bifrost existiert. Stimmt. Aber er öffnet doch einen Bifrost. Stormbreaker kommt doch erst nachdem... Nachdem er kaputt ist alles. Nachdem er kaputt ist. Und was öffnet er dann mit Stormbreaker? Ja, auch so einen Portalweg, Bums. Aber halt nicht den Bifrost. Ja, nein, alles gut. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich... Das wusste ich nicht. Ne, aber das ist nicht richtig. Also... Alles gut. Ah, ja, alles gut. Dann bin ich... Dann bin ich nächstes Mal netter wieder. Dann müsstest du... Weil du es... Ich verstehe dich. Aber dann müsstest du bei Love and Thunder davon ausgehen, dass selbst Molnir das könnte, weil Jade das auch kann. Ja, okay. Da hast du vollkommen recht. Ich möchte, dass ihr eintippt. Okay. Und zwar gibt es pro richtiger Antwort einen Punkt. Und ich möchte von euch die Neuen Reiche hören. Ich habe eine Frage. Diese komischen scheiß mythischen Namen oder wäre Erde zum Beispiel? Okay. Die mythischen. Jawohl. Okay. Tja. Okay, dann zwei habe ich. Ihr bekommt... Ihr bekommt für die Antwort noch 30 Sekunden. Was? Die ich gerade eins ane. Ach komm, Jade. Für neun Sachen? Was soll denn der Scheiß? Also überlegen wir auch nicht schlecht, was? Reg dich nicht auf. Die Zeit läuft. Ey, fick dich. Reg dich nicht auf. Die Zeit läuft. Scheiß. Ähm. Ich schreibe jetzt einfach mal was hin. Boah. Squad of War wusste ich ja alle. Oh, hier kommt. Alle wieder vergessen. Ja, das finde ich auch fies. Ein Monat zu spät hier, das Quiz. Ich sag mal fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir schließen. Ab jetzt sind Rechtschreibfehler okay? Ja. Ja. Okay. Die sind okay. Äh, wir haben als Antworten von Brammen Asgard, Midgard, Jotunheim, Wakanda, Dunkelelfenland, Steinmenschenland und Trashplanet. Ja, ich wusste nur. Wir haben von Christian Niefelheim, Jotunheim, Wannerheim, Asgard, Helheim, Muspelheim. Die anderen habe ich vergesen. Also, Helheim, Asgard und Valhalla. Ja, alles mit Heim. Fuck. Und, äh, Jules sagt Midgard, Asgard, Swartelheim, Jotunheim, Valhalla, Alfheim und Altenheim. Okay. Also. Fangen wir mal auseinander zu dröseln. Also, die Lichtelfen, die kommen aus Alfheim. Das hat Jules. Jules. Dann haben wir die Asen, die kommen aus Asgard. Das hat jeder. Dann haben wir die Frostriesen, die kommen aus Jotunheim. Das haben Brammen, Christian und Jules. Dann haben wir die Menschen, die kommen aus Midgard. Das hat Brammen. Das ist der zweite Guard, fuck. Und Jules. Äh, dann haben wir die Feuerdämonen, die kommen aus Muspelheim. Das hat Christian. Und dann Sid. Als wenn du Muspelheim musst. Das ist alt. Ich kenne eigentlich alle neun aus Muspelheim. Ja, das ist eigentlich, ja, das hast du, du bist da überall hingereist. Das ist richtig doof, ey. Dann haben wir die Zwerge, die kommen aus Niedervelir. Das hat, glaube ich, keiner. Oh, das ist aber auch schwer. Wait, war das nicht? Niedervelir ist ein Ort, oder? Ja, also ich meine, bei God of War hieß das anders. Hier steht Niedervelir. Dann haben wir, äh, kommt da Hela her oder die Hela? Ich bin mir gerade nicht mehr sehen, ich steht einfach Hela. Äh, die kommen aus Niefelheim. Und Niefelheim hat Christian. Und that's it. Und dann haben wir die Dunkelelfen. Die kommen aus Swartalfheim. Swartalfheim, ach ja, scheiße. Eingängig. Ja, Jules schreibt Swartalfheim, das würde ich mal durchgehen lassen. Dankeschön, dankeschön. Jetzt aber deinen Punkt auch verbraucht. Entschuldigung, der eine Punkt ist auch okay. Und dann haben wir noch, und dann haben wir noch, äh, Warnir. Oder die Warnir, die kommen aus Warnaheim. Und das hat Chris. Nice. Wer kam jetzt aus dem Altenheim? Und that's it. Wenn ich das richtig sehe. Cool. Das waren sie alle. Die Reiche. Wer kann doch vorher auch... Frage Nummer 24. Und an welchem Namen ist Wanda Maximoff besser bekannt? Die Scarlet Witch. Ist richtig. Alter, wenn du jetzt falsch gesagt hättest, ne? Wenn es die ganze Scheiße wäre, so, nein, nein, bevor sie von Magneto adoptiert wurde. Magneto? Mhm. Ah ja, passt auch. Kann das sein? Passiert das irgendwann? Kann auch. Ja, ja, vielleicht machen sie es aber noch jetzt bei dem Film. Ist auch egal, mach weiter. Frage Nummer 25. Und wo wurden sie und ihr Zwillingsbruder Pietro geboren? Ram. In Sokovia, wo auch das Abkommen herkommt. Ja, ist richtig. Däger. Frage Nummer 26. Das ist eine Schätzfrage. Und da ist die Frage, wie viele Minuten trennen die beiden bei ihrer Geburt? Sieht nicht gleichzeitig aus? Also. Ja. Komplett identisch. Beide Köpfe so nebeneinander rausgeglitten. Wie so eine Hydra. Was hast du gesagt? Minuten, ne? Ah. Ei. Ei-Minuten finde ich gut. Okay, ihr habt alle eingeloggt. Jules sagt zwei. Bram und Chris sagen drei. Sepp sagt sechs. Die Antwort ist zwölf. Ah. Also gönnt sich Sepp. Easy. Wart ihr schon mal bei einer Geburt dabei? So schnell geht das nicht. Das geht auch. Das geht auch. Hast du schon mal Menschen fliegen sehen? Die Avengers kommen zu dem Entschluss, dass Vision ebenfalls würdig ist, ein Avenger zu sein. Aber warum? Weil er Thor's Hammer anheben kann. Richtig. Dankeschön. Genau das ist gesucht, Jules. Jules hat jetzt hier die Lösung aufgemacht, damit er immer genau den Wortlaut hat. Da bin ich ja so, genau, wir lesen das jetzt einfach ab. Frage Nummer 28. Welche Seite schließt sich Scott Lang im Civil... Captain Americas. War on Captain Americas. Richtig. Alter, wer ist Scott Lang? Das ist doch Ant-Man, oder? Ja. Ah. Weißt du, das ist Ant-Man, deswegen heißt der Scott Lang. Der ist so früh schon dabei. Krass. Wer ist Scott Lang? Ant-Man. Ant-Man. Spaß. Achso. Frage Nummer 29. Ich hätte drauf reingefallen, Mann. Frage Nummer 29 ist, wer gehört denn im Civil War der Seite von Captain America? Alle? Das war ein Fehler, Sepp. Da kommt noch was. Ähm, Black Widow, Hawkeye, Hulk. Das ist meine Antwort. Black Widow, Hawkeye, Hulk. Nee. Wem, wer gehört denn im Civil War der Seite von Captain America an? Natürlich außer ihm selbst und Scott Lang, aka Ant-Man. Jules. Der Winter Soldier. Spider-Man. Wander. Ey, Spider-Man ist doch von... Spider-Man hat doch von Tony gerade seine Rüstung bekommen. Ach, entschuldige, das stimmt. Das wäre ganz schön. Oh nein, ich Idiot. Black Widow. Wie viel willst du denn überhaupt haben? Alle? Ja, genau. Das sind wir eigentlich jetzt. Ich will alle haben. Oh nein. Ja, ich möchte alle haben. Okay. Du hast gefragt, wer schließt sich an. Ich will alle haben. Ihr zählt mir tausend Leute die ganze Zeit auf. Als ob ich da nur einen immer richtig will. Ich will alle haben. Okay, okay, okay. Also, Black Widow? Ja, Black Widow. Das ist meine Antwort. Nee. Nee, das reicht dann nicht. Okay, okay, okay. Pass auf. Ich versuche jetzt noch mal. Ich versuche jetzt noch mal. Ich versuche meine Ehre wieder herzustellen. Also. Wander. Alter, das ist gut. Du siehst schon mal den Knopf sofort. Hawkeye. Aha. Winter Soldier. Und Ant-Man. Und Captain America halt. Das ist echt voll die Loserliste. Außer Ant-Man. Ja, ich habe aber noch mal aufgezählt. Ist ja nicht schlimm. Oh, fuck. Können wir bitte einfach weitermachen? Das ist ja ultra schwer. Das ist ultra peinlich auch. Also. Hier stehen vier Namen. Und wie gesagt, Captain America und Ant-Man möchte ich nicht hören. Ja, ja, ja. Und Jules war nicht schlecht. Ja, ich überlege gerade, wer jetzt fehlt. Ich hatte irgendwie Spidey. Ah! Der Plus, das, was ich gesagt habe, plus natürlich Falcon. Wo müssen wir gesagt? Ich muss aber alle vier aufzählen. Ja, verdammt scheiße. Hast du nicht Ant-Man gesagt? Nein, nein, der Falcon hat jemand nicht gesagt. Okay, pass auf. Also, die vier, die wir hören möchten, sind Hawkeye, Falcon, Wanda und... Oh, scheiße, ich blanke. Nein! Okay. Nein, Mann. Ich hatte die Figur bei eben gesagt. Das ist gerade so asozial. Ich hatte sie eben gesagt. Moment, Moment, Moment. Okay, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Jetzt nochmal. Letztes Mal. Also. Hawkeye. Wanda. Falcon. Winter Soldier. Ja, da habe ich doch gesagt Bucky. Ja, da kriegst du gerade gesagt Bucky. Wollt ihr nur den Hinweis geben? Oder was? Nein, ich wollte dir nur den Hinweis geben. Achso, habe ich gar nicht gehört. Entschuldigung, aber die vier jetzt. Tut mir leid, Jules, das ist falsch. Ach du Scheiße. Okay. Ach, Mann. Wenn ich mir die Liste von denen mal so anhöre, weißt du, so Falcon, Hawk, Alter, das ist voll die Loser-Liste. Stimmt, ihr seid ja von Iron Man war viel geiler, wa? Ja, natürlich. Ich bin aber ehrlich. Ich wäre jetzt ein bisschen sauer, wenn die Antwort Black Widow wäre, nur weil sie am Ende ihr eigenes Team betrügt. Das wäre ein bisschen... Bis auf Scarlet Witch sind die tatsächlich alle nicht so mächtig. Frage Nummer 30. Moment, was war denn jetzt die Antwort? Ich habe die Antwort, die du gegeben hast, ich habe dich verarscht. Achso, Mann, ihr Ficker. Boah. Ey, das ist, ich bin nervlich am Ende hier. J, das kannst du nicht machen mit Jules jetzt hier. Da fährt man gar nicht. Hast du denn das Blinggeräusch nicht gehört? Nein, Mann, war ich immer im Kopf, war ich so, boah, wen vergesse ich denn da gerade? Das kann doch nicht wahr sein. Macht ein bisschen Spaß, Jules zu piepen. Frage Nummer 30. Warum möchte Ant-Man ein besserer Mensch werden? Wegen seiner Tochter, der möchte die weiterhin sehen. Ach, langweilig. Boah, aber ist das so? Er macht das nur für seine Tochter. Ja. Der ist total heiß auf die Wespe und der will die einfach nur rein rum. Ich dachte, der ist heiß auf hier Mr. Douglas. Stimmt. Auf Mr. Michael Douglas. Ja, nee, also wie gesagt, der ist ja kriminal aktiv, aber irgendwie will er gut sein, damit er seine Tochter sehen darf oder sowas. Keine Ahnung. Kommt hin. Frage Nummer 31 ist, mithilfe der Pym-Partikel-Scheiben... Michael Douglas. Nein. Schade, ich dachte, du hast dich verflacht. Professor Michael Douglas. Kannst du das nochmal sagen? Mithilfe der Pym-Partikel-Scheiben kann Ant-Man zum Beispiel seine Größe oder die von Gegenständen verändern. Was bewirkt die blaue Scheibe? Mache alles kleiner. Ne. Mach alles größer. Ja. Ja. Rotschrumpf. Ganz ehrlich, ich hätte aber erst mal, ich habe auch schon die ganze Zeit gedrückt und irgendwie, ich komme nie dran, aber ich hätte auch erst mal gesagt, die macht alles kleiner, wenn ich ehrlich bin. Also danke, Bram, an dieser Stelle. Das ist doch wie unlogisch das in den Filmen war, haben die nicht gesagt, die Masse bleibt auch irgendwie gleich und dann haben die diese Spielzeug-Sachen groß gemacht. Ja, wirklich, dann hat er den Panzer am Schlüsselbund. Ja, ja. Schätzfrage. Biologie. Oh. Das wie vielfache ihres eigenen Gewichts können Ameisen tragen? Ach jo. Na ja. Ja, das dürfte passen. Oh Gott, ich bin entweder komplett richtig oder komplett daneben. Ich bin komplett gespannt. Ach so. Komplett gespannt. Also ich habe entweder richtig oder falsch. Bram sagt 23-fache. Sepp und Jules sagen das 100-fache. Ja, high five, Sepp. Und Christian sagt das 456-fache. Das ist aber sehr genau, Christian. Die richtige Antwort ist das 50-fache und damit bekommen Bram den Punkt. Ameisen sind ganz schön schwach. Ja, das ist echt ganz schön schwach. Ganz schön schwach. Die Lappen. Nicht mal das 400-fache. Christian stimmt das easy im Gym. Ich glaube, du stemmst nicht mal das 50-fache. Ich stemme nicht mal das 1-fache. Nicht mal die Hälfte, Alter. Also holy shit. Die Hälfte vielleicht noch. Frage Nummer 33. Warum rät Hank Pym Scott Lang? Was? Hank Pym Scott? Ja, hier steht... Warum rät Hank Pym Scott Lang? Vertraue niemals einem Stark. Oh, weil der Vater von Toni ihm damals was geklaut hat. Idee. Diese Stille ist immer so... Ja, da steht eine mega lange Antwort. Ich muss das erst mal... Ich muss das erst mal sortieren. Okay, also... Aha, 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 aha. Aha. So, bist du ready? Okay, was war deine Antwort, Sebastian? Weil Toni Starks Papa eine Idee geklaut hat. Äh, nee. Die haben doch... Also Howard Stark hat doch mit ihm zusammengearbeitet, mit Hank Pym. Und hat dann aber den kompletten Credit eingestrichen. Ach so. Der ist doch Idee geklaut. Nee. Das sieht... Würdest... Ja, okay. Also wenn es eine Idee war, die... Also... Es ist wirklich... Es ist... Also... Es ist wirklich nicht das, was ihr sagt. Okay, okay, okay. Chris. Aber die haben auch irgendwie zusammengearbeitet. Aber der Vater ist dafür verantwortlich, dass die Frau von dem, äh, hier, ne? Michael Douglas, äh, verschwunden ist in dem, äh, Quantum-Größen... Also Mini, Mini, Mini. Dass die da nicht mehr rauskommt. Und deswegen ist Hank sauer auf den Stark. Ja. Nee. Ach krass. Jetzt hätte ich das jetzt nicht auch meine zweite Antwort gewesen. Nö, dann bin ich da tatsächlich raus. Der Film war auch so kacke, ne? Das wäre, äh, die Ant-Man-Filme ist echt schade, ne? Dass die so, dass die so Randnotizen sind irgendwie. Aber auch so behandelt worden sind. Gut, wenn die halt scheiße sind. Warum sollte das denn schade sein? Scott Lang ist überhaupt kein Superheld. Um jedem kannst du diese Scheißpille in die Hand drücken. Und der ist krasser. Ja, aber es ist Paul Rudd. Okay. Was, Rudd? Macht das nicht besser. Ich glaube, ich mag den gerne. Das war nicht mehr, weil die unter der Dusche hatte dem dann irgendwann immer mit dem nassen Handtuch gegen den Arsch geklatscht. Hat der gehupt. Okay, ich schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. 1989 zog sich Pim als Berater und Agent für S.H.I.E.L.D. zurück, als er entdeckte, dass Mitchell Carson, ein Hydra-Doppelagent, hinter Hanks Rücken die Ant-Man-Technologie kopieren wollte. Dies erfolgte unter Howard Starks Einverständnis. Das war aber so gegen 14.30 Uhr, fand das statt, ne? Ja. Doch, doch. Da hätte man drauf kommen können. Da hätte man im Detail wissen können. Hätte man wissen können. Auf jeden Fall. Frage Nummer 34. Welches Ereignis führt dazu, dass T'Challa zum König von Wakanda wird? Dass sein Vater durch die Bombe stirbt, die in der UN gelegt wurde, angeblich von Bucky Barnes. Du kannst sagen, das ist ja eigentlich nicht so schwer. Der nächste König wird immer nur König, wenn der vorige König stirbt. Deswegen heißt es bei Wakanda immer E-Bombe. Ja, genau. E-Bombe, Mann, ey. Frage Nummer... Ach du Scheiße, wieder eine riesige Antwort. Frage Nummer 35 ist, direkt daran anschließend kam es zu einem Konflikt zwischen Blackboard Black Panther und Captain America. Warum? Das hatten wir, glaube ich, eben schon, weil ja eben Captain America Bucky findet und vor Black Panther beschützt. Black Panther will ja Bucky nur zur Rechenschaft ziehen und Captain America setzt ja da sein komplettes Ding ins Führ aufs Spiel und haut sogar mit Bucky ab und beschützt ihn halt komplett vor ihm. Ja. Ist richtig. Cool. Frage Nummer 36 ist, Prinzessin Shuri, die Schwester von T'Challa, ist für diesen von enorm großem Wert. Sie ist ein Technikgenie und beherrscht das Ingenieurwesen, die Physik, Chemie, Medizin und Informatik. Was nicht. Deshalb ernennt Black Panther sie zur Leiterin von Wakandas Foreign Outreach Center. In welchem Bundesstaat der USA hat das Center sein Sitz? Kalifornien. Als ob du das weißt. Nee, aber Kalifornien, das ist auch, Kalifornien, das ist auch, Kalifornien, oder in deinem Bundesstaat. Ja, okay. Das ist auch irgendwie, weil ich das lache, wie nah. Albuquerque. Also in der Stadt in New Mexico ist das. Nord Dakota. Oben links in der Ecke. Frage Nummer 37. Welchen Beruf übte Dr. Stephen Stray? Der war Neuroschirurg. Ach komm. Vor seinem Autounfall aus. Das ist richtig. Er war Neuroschirurg. Letztens mal den ersten Teil gesehen, das ist einfach so viel besser als der komische jetzt, ey. Das geht irgendwie für alle und ich hab echt Angst vor Guardians. Boah, nee, bitte nicht. Da freu ich mich nämlich ziemlich drauf. Wenn die hat's verkacken, ey, dann wär mal uff. Frage Nummer 38. Warum konnte Dr. Strange seinen Beruf als Neuroschirurg... Äh, weil er sich die Hand gebrochen hat, multiple, also multiple Brüche hatte und nicht mehr, äh, die Hand so ruhig halten konnte wie vorher. Nach seinem Autounfall nicht weiter ausführen, das ist richtig. Nummer 39. Aus welchem Grund reist er anschließend nach Nepal? Weil er gehört hat, dass er da, äh, ne Heilmethode gibt für ihn. Und er wieder Chirurg werden kann. Äh, okay. Der sucht da diesen komischen Tempel auf. Und da will er heilen, sich heilen, ja. Frage Nummer 40. Welcher Infinity-Stein bildet das glühende Magel... Rote. Ach, danke schön, aber ich hab die Frage. Das hätte ich jetzt jetzt krass... Okay, dann kannst du mir die Frage stellen. Krass? Ja, natürlich lese ich die vor. Welcher Infinity-Stein bildet das glühende magische Zentrum des Auges von Agam? Ah, verdammte Scheiße. Das Timestone, das wäre grüne. Ja. Agamotto, richtig. Hör mal drauf, komm, 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 wenn wir jetzt die ganze Dr. Strange-Fragen machen. Ja, stimmt, das war ein Dr. Strange. Oh, ja, stimmt. Smart. Don Mamu. Ich bin hier, um zu verhandeln. Don Mamu. Ich bin hier, um zu verhandeln. Frage Nummer 41. Meister Wong ist der neue Bibliotheker im Kammertage. Bei der Verteidigung des Sanktums von Hongkong wird er getötet. Wie wird er zurück ins Leben? Durch den Timestone, den wir eben besprochen haben, weil Dr. Strange diesen eben benutzt, um das komplett umzukehren beim Angriff auf dieses Sanktum. Und dadurch ist Hongkong dann auch wieder am Leben. Ja, der dreht die Zeit zurück mit dem Stein. Genau, genau, genau. Richtig. Dankeschön, dankeschön. Also er benutzt den Stein quasi im Auge von Agamotto. Ja, genau. Haben wir ja gerade schon herausgefunden. Nummer 42 ist die Frage, was ist die dunkle Dimension? Das ist ja ganz einfach, das ist da, wo die Sonne niemals hinscheint. Nee. Sind wir jetzt immer noch bei Dr. Strange? Also falls jetzt jemand nicht die Antwort direkt weiß, aber kannst du die Frage anders stellen? Weil das ist ja das superbreit gepfächert. Was ist die dunkle Dimension? Dunkle Dimension, was ist die? Was ist die dunkle Dimension? Nee, warte halt, also. Also. Äh, äh, also ich, die, also was ist die dunkle Dimension? Ja, ich versuch mich mal eine Antwort. Das ist die Dimension, aus der unter anderem die Supreme Magier, hier, die, die Glatzköpfige da, äh, und auch Le Chiffre, ich weiß noch nicht, schau schon mal, Mats Mikkelsen, so heißt der, die ihre Energie beziehen und wo Domamu halt der King ist. Ah. Und er will Welten fressen. Vielleicht ist das noch relevant, keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht. Spannungspause. Ich muss dir jetzt kurz, also. Ah. Hier steht halt auf jeden Fall was komplett anderes. Ja, dann nicht. Mann. Also, ja, aber ich glaub, das ist halt das Ding. Das ist ja von Prinzip her die richtige Antwort. Ja, lass doch gelten, ist doch okay. Ja, ich muss halt nur erstmal nachchecken, nicht, dass das nachher falsch ist. Also, ja, ich lass das zählen und die Antwort wäre gewesen, hier steht eine Verfälschung der Wirklichkeit. Wirklichkeit. Ich glaub, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt beantworten sollte, aber ja, das ist halt genau das, was ihr erklärt habt. Oder was, was Bram gesagt hat. Oh Gott. Nummer 43 ist Peter, oder Peter Krill, a.k.a. Star-Lord. Oh, scheiße. Ich hör mal kurz davor zum Walsam. Alter. Wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen? Nee. Oh, puh. Peter Krill, a.k.a. Star-Lord, ist ein Dieb. Er ist halb Terraner und halb... Scheiße, wie heißt das? Chris? Gott. Nein, das war einfach nur Gott. Ja, das ist richtig. Stimmt, das ist einer von diesen Sentinels oder so, oder? Ja, ich wusste nicht, wie das heißt. Also, der Vater ist halt so einer... Der Vater ist halt der Planet und der... Ja, der ist so weit wie ein Gott, aber heißen die nicht irgendwie speziell? Celestials sind gottgleiche Wesen, also lass ich das gelten. Ah ja, guck mal. Es hat Christian seine, jetzt ist noch Jules dran. Oh, ist das... Wenn, falls das noch kommt, du die schon meistens... Ey, blöde Frage, Celestials. Ist das das gleiche wie bei den, äh, wie heißen die komischen Dinger, die... Nee, nicht die Eternals, das ist was anderes. Ah, Eternals. Nee, das war was anderes, ne? Das ist was anderes, ja, 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 ja. Okay. Ah, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Man kann sich... Alle können sich einfach tun. Ja. Liegt ja langsam nicht mehr durch. Was ist Quills wertvollster Besitz? Sepp. Ah, sein Kassettenrekorder und die Kopfhörer. Nee. Nee. What? Ha! Wie? Äh, natürlich, äh, das Tape Guardians of the Galaxy Volume 1 und Guardians of the Galaxy Volume 2, diese Kassette, diese zwei Kassetten. Das ist richtig. Ja, das gehört doch dazu. Hat Sepp das nicht gerade gesagt? Er hat gesagt, er hat gesagt, den Kassettenrekorder und die Kopfhörer. Ja, aber da gehört doch die Kassette mit dabei. Nee, nee, nicht die zwei Mixtapes. Ja, würde ich das auch nicht gelten lassen. Nicht die zwei Mixtapes. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Die Mixtapes sind wichtig, Mann. Die sind ganz wichtig. Frage Nummer 45. Von wem wird Peter Krill großgezogen? Yondu. Von den Ravagers. Yep. Das war jetzt richtig. Ja, da stehen in Klammern Yondu dahinter. Das ist ja richtig. Drex, der? Zerstörer. Nein, 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 nein. Doch, der Zerstörer. Okay, was ist jetzt deine Antwort? Der Zerstörer, der Zerstörer, oder? Ja, ja, Drex. Das ist richtig. Ja, ich war im Englischen und war so, Moment, nein, was heißt Destroyer? Aber ich habe einfach meint, das ist jetzt. Ich finde auch, dass man in einem Best-Zerstörer-Macher aus das, nein, 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 nein. Und dann kann man das nochmal. Das ist ein Formel-1-Wagen in einem Drehzahlbemenser. Ich kenne die Scheiße immer nur auf Englisch und das ist halt gerade im Kopf, dann übersetzt. Was ist im Moment, heißt Destroyer überhaupt Zerstörer? Und, aber ja, war es ja tatsächlich dann. Schätzfrage. Mit wie vielen Jahren macht Tony Stark seinen Ingenieursabschluss am MIT? Oh, das ist eine gute Frage. Ich sage... Oh. So. Sieben. Ihr habt alle eingeloggt. Ich habe eingeloggt. Kannst du weitermachen, bis du viel gesagt hast? Jules sagt 14. Sepp sagt 15. Chris sagt 17. 17, ja, blondes Haar. Bram sagt 18. Okay, das ist schon sehr funny. Jetzt bin ich geschlafen auf die Antwort. Sepp hat gerade seine Antwort geändert. Was? Nein, nein, also du hast 14 stehen und hast dann auf 15 geändert. Genau, das wollte ich sagen. Und das war die absolut richtige Antwort. 15 ist richtig. Oh, nice. Ja, ich dachte mir 14, 16. Ach komm, du bist 15. Okay, Frage Nummer 48. Bram ist, glaube ich, zurück. Die Schätzfrage. Wir haben noch eine Schätzfrage direkt. Unter der Leitung von Tony Stark wächst Stark Industry auf einem Gesamtwert von 16 Milliarden US-Dollar. Auf wie viel US-Dollar beläuft sich sein eigenes Vermögen? So wenig? 16 Milliarden? Scheinbar. Tony Stark ist ja wieder einer der reichsten Menschen der Erde und der hat nur 16 Milliarden? Ja, nee, Stark Industries ist der Wert von Stark Industries ist ja nur ein Teil von... Nur wie viel Wert hat er? Also wie viel besitzt er selber? Wird doch weniger wert sein als seine Firma. Ja, nee, vielleicht hat er mehr Firmen. So wie Elon Musk jetzt auch Twitter hat und Tesla. Hat er Tesla noch? Ich weiß gar nicht. Er hat doch so viele Aktien verkauft. Warte, 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 Bram, was ist denn der reichste Mensch hier so? Ich weiß nicht, wie viele die... Die streiten sich ja immer, aber Elon Musk ist zeitweise, Jeff Bezos ist immer ganz oft Bitterbeider hier. Der Zawa-Gründer. Wie viel haben die so? Äh. Auf jeden Fall einen dreistelligen Milliardenbetrag. Dreistellig schon? Und lol, ich dachte, so 50. Nee, also ich glaube, Bill Gates hatte schon vor Jahren mal irgendwann 121 Milliarden geknackt oder so. Uff. Okay. Damit haben wir die Antworten. 64 Milliarden von Sepp. 200 Milliarden von Jules. Christian sagt... Äh, doch, Christian sagt... Ich glaube, es ist 900 Milliarden. Ist das richtig? Ja. Äh, und Bram sagt 399 Milliarden. Die richtige Antwort ist 10 Milliarden. Und da haben wir dann 10 Zeichenpunkte. Oh, nein! Das hat er sich am Anfang. Das ist doch mein Leben. Aber wie kann er denn weniger von Müller mal seine super reiche Scheiße? Ja, er hat halt nur die Hälfte der Anteile oder so. Hier wird noch dazu gesagt, es gibt viele unterschiedliche Quellen. Also vielleicht mal das und das und das und das. Aber es wird der Mittelwert genommen. Ja. Von den verschiedenen Quellen. Deswegen, äh, ja. Kann es sein, dass da vielleicht auch mal 12 steht. Aber, whatever. Frage Nummer 49. Äh, was führt dazu, dass Captain America seine Superkräfte erhält? Chris. Der kriegt die doch reingespritzt in dem Experiment. Lange ist und hart dazu ja gemacht. Nein. Der kriegt die reinoperiert, sozusagen. Äh, ja. Das, äh, ist absolut richtig. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest Supersoldaten sehr rumhören. Deswegen habe ich noch mal gebuzzert. Hm. Ja. Dachtest du, aber war leider falsch. So heißt das bei mir. Jules. Das kriegt aber nicht jeder. Ist das das SSS? Wird die dem geben? Alter. Frage Nummer 50 ist die letzte Frage, logischerweise. Und die Frage ist. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. War keine Absicht, war keine Absicht. Nein. Jules, gönn mal die Antwort. Hab noch nicht angefangen zu stellen. Oh, was? Gönnert. Das war jetzt aber der Punkt für Jules. Ja, natürlich. Trotz seiner körperlichen Einschränkungen ist Steve Rogers, der bevorzugte Kandidat von Peggy Carter, eine Agentin des SSR, für das Projekt Wiedergeburt. Warum fällt ihre Entscheidung auf ihn? Das. Weil der einfach ein guter Mensch ist und nicht so ein Assi wie alle anderen. Und nicht aufgibt. Ich glaube, weil er die Attitude hat, hart zu trainieren. Ich glaube, der letzte Reihe. Oh, Mann. Ach, knapp. Das Gefühl und seine Selbstlosigkeit machen Steve Rogers für Peggy zum optimalen Kandidaten für dieses Projekt. Absolut korrekt. Und damit gewinnt Brammen mit 94 Punkten, 50 Fragen zum Marken. Das war ein bisschen Rick, das Ganze, ehrlicherweise. Dankeschön. Vor Christ mit 66, vor Sepp mit 64. Dankeschön, Darkfire, fürs Einreichen von den Fragen. Da hast du wenigstens noch die Filme genommen, also die guten Marvel-Filme genommen. Ja. Das war's. Vielen Dank. Danke, Leute. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr dabei sein durftet. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.